Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch. Ich habe noch mal eine kleine Sache zu meiner Homepage. Und zwar Nummer 1. Ihr seht hier die Seite, wie ihr sie höchstwahrscheinlich schon kennt. Wenn nicht, solltet ihr dringend mal drauf gehen. Und ich will euch hier etwas Neues zeigen. Und zwar seht ihr hier Erstmal die Ankündigung. Ich habe ein Forum eingerichtet. Das Forum könnt ihr erreichen. Einmal über meinen Blog natürlich. Hier oben über diesen Link. Dann über daraplace.de, wie es auch hier steht. Das Blog ist umgezogen. Und zwar könnt ihr das jetzt über blog.daraplace.de erreichen. Und wie gesagt, könnt ihr das Forum entweder hier über diesen Link. Oder direkt über daraplace.de erreichen. Und ich habe das Ganze eingerichtet, damit wir ein bisschen besser kommunizieren können. Weil über das Blog funktioniert das nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Und über YouTube funktioniert das Ganze noch schlechter. Aus dem Grund, wie gesagt, hier das Forum. Ich gehe hier auch mal drauf. Machen wir das mal wieder kleiner. Wie man sieht, habe ich hier das Forum eben entsprechend eingerichtet. Das mache ich hier mal schnell zu. Habe ich das Forum hier eingerichtet. Hier, das hier ist noch das Standard-Logo. Da werde ich noch ein eigenes Logo machen. Dann sehen wir hier eine kleine Shoutbox. Da kann ich auch locker was reinschreiben. Und das dann hier absenden. Und wie wir sehen, wird das dann auch angezeigt. Dann haben wir hier eben das entsprechende Forum. Da haben wir hier zum einen den Bereich Allgemein. Das erste, was ihr hier seht, ist ein Link. Wenn ich hier draufgehe, lande ich automatisch wieder im Blog. Moment, ich mache das für euch mal wieder ein bisschen größer, dass ihr das besser erkennen könnt. Also hier habe ich eben draufgeklickt für das Blog. Dann habe ich hier einen News-Bereich. Der News-Bereich, da werde ich beispielsweise meine Videos posten. Und ihr könnt entsprechend antworten. Das Ganze ist ein moderiertes Forum, wenn die Einstellungen richtig funktionieren. Dann haben wir hier noch ein Forum rund um alle Minecraft-News, die es so gibt. Da könnt ihr dann problemlos posten. Und dann haben wir hier noch eine Rubrik Server-News. In dieser werden Sachen rund um meinen Minecraft-Server vorgestellt. Und da erfahrt ihr vielleicht auch so das ein oder andere, was ich gerade mit dem Server anstelle und so weiter. Dann haben wir hier einen Bereich Minecraft. Da gibt es als erstes die Diskussion zum Minecraft, sprich also alles, was ihr irgendwie gerne über Minecraft loswerden wollt. Hier könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Dann, wenn ihr eure Bauprojekte vorstellen wollt, dann seid ihr hier richtig bei den Bauprojekten. Muss man nicht viel dazu sagen, wenn ihr beispielsweise einen tollen, was weiß ich, Leuchtturm gebaut habt. Dann könnt ihr das hier reinschreiben. Vielleicht ein, zwei Bilder dazu oder auch ein Video. Und ja, da kann dann entsprechend drüber diskutiert werden. Dann haben wir hier Skins und Texturen. Sprich also, ihr habt einen tollen Skin erstellt und wollt den anderen zur Verfügung stellen. Ihr sucht vielleicht auch einen Skin. Oder ihr sucht ein Texture-Pack oder habt eins erstellt und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Dann hier Mods und Tools. Da gehören beispielsweise so Sachen rein, wie ihr habt irgendwelche Mods. Die ihr gerne den anderen vorstellen wollt. Oder ihr sucht irgendwelche Mods. Genauso auch Tools wie beispielsweise Inf-Edit oder solche Geschichten. Dann haben wir hier einen Bereich für SMP. Da ist alles rund um den Multiplayer-Modus drin. Da könnt ihr auch diskutieren über Hosting, über alles was den Multiplayer betrifft. Sprich auch Server-Plugins und so weiter. Dann haben wir hier natürlich noch einen Off-Topic-Bereich. Falls ihr über was anderes diskutieren wollt, was nirgends anders reinpasst. Dann könnt ihr das hier machen. Das wäre dann eigentlich auch schon alles. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch hier im Forum registriert. Damit wir uns ein bisschen besser unterhalten können. Ich war die letzte Zeit recht beschäftigt damit, dieses Forum hier einzurichten. Ein paar Sachen fehlen wie gesagt noch. Die kommen aber noch. Und ich werde jetzt das nächste Minecraft-Video aufnehmen. Also, wir sehen uns. Bis dahin.